Willkommen zum T3 in Daily vom 22. Dezember. Heute geht es um das endgültige Ende des Marsländers in Sight. Außerdem FTX-Führungskräfte vor Gericht, eine Alternative zur Chat-GPT, Fitness-Videos bei Netflix und die Frage, ob Kündigungen per WhatsApp zulässig sind. Nach mehr als vier Jahren, 1300 Marsbeben und zahllosen wissenschaftlichen Entdeckungen hat unser Lander Insight sein Missionsende erreicht. Diese Abschiedsnachricht schickte die NASA per Twitter in die Welt. Er gehe zwar in den Ruhestand, aber sein Vermächtnis werde weiterleben, so die Raumfahrtagentur weiter. Einige seiner wissenschaftlichen Experimente liefen jedoch nicht nach Plan. Gescheitert war unter anderem eine Mission mit dem Maulwurf des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Das Instrument schaffte es nicht, sich in fünf Meter Tiefe zu hämmern. Dort sollte es aufsteigende Wärme messen. Seine Werkzeuge konnten die Verantwortlichen aber noch zu einem anderen Zweck einsetzen. So nutzten sie die Schaufel des Maulwurfs, um gröberes Material über den Solarkollektoren auszuschütten, wodurch diese von dem feinen Staub befreit werden konnten, der den Kollektoren zusetzte. Am Ende half aber auch dieser Trick nicht mehr und Insight geht nun endgültig in den Ruhestand. Sam Bankman-Fried, der frühere Chef der insolventen Kryptobörse FTX, ist am Mittwoch in Amerika gelandet. Dort erwarten ihn Strafanzeigen zu acht Anklagepunkten. Zeitgleich verkünden zwei langjährige GeschäftspartnerInnen von Bankman-Fried, dass sie mit den Behörden zusammenarbeiten wollen. Beide bekennen sich schuldig, zu den Betrügereien beigetragen zu haben, die zum Kollaps der Börse geführt haben. Damit erhöhen sie den Druck auf Ex-CEO Bankman-Fried und andere FTX-Führungskräfte, die noch nicht angeklagt sind. In den Anklagen der US-Behörden geht es unter anderem um umfassenden und mehrjährigen Betrug und Täuschung der FTX-AnlegerInnen. Einst waren Chatbots eher unliebsame Hürden, die im Kundenservice auf dem Weg zu menschlichen SachbearbeiterInnen genommen werden mussten. Open AIs Chat-GPT scheint das geändert zu haben. Plötzlich unterhalten sich Menschen gerne und freiwillig mit künstlichen Intelligenzen. Da will auch Quora eine Plattform, auf der Menschen Antworten auf ihre Fragen bekommen sollen, mitmischen. POW ist ein Akronym für Platform for Open Exploration, eine Plattform für uneingeschränkte Erkundung. Und das soll Quora-NutzerInnen die Chance geben, in den Dialog mit Chat-KI zu treten. Dabei soll nach wie vor die Beantwortung von Fragen im Vordergrund stehen, auch als Ratespiel, wenn NutzerInnen das wollen. Rechtzeitig vor dem Start der Neujahrsvorsätze-Saison nimmt Netflix Workout-Videos der Training-Club-App von Nike ins Programm auf. Zum Start gibt es fünf Programme mit insgesamt 30 Stunden Trainingsmaterial, aufgeteilt in 46 Folgen. Mit dabei sind verschiedene Fitnessübungen, Yoga sowie High-Intensity-Intervall-Training. Netflix zufolge sollen alle Fitnesslevel und Interessen abgedeckt sein. Das Angebot soll weltweit in allen verfügbaren Abo-Versionen und in zehn verschiedenen Sprachen an den Start gehen. Eine Kündigung per WhatsApp übermitteln? Im Zeitalter der Digitalisierung liegt das nahe. Es geht schnell und im Grunde lassen sich dort ja ebenso alle Informationen einbetten, die ein Kündigungsschreiben in Papierform auch enthält. Tatsächlich haben deutsche Gerichte jedoch schon mehrfach entschieden, dass eine Kündigung per WhatsApp nicht gültig ist. Martin Nebeling, ein Fachanwalt für Arbeitsrecht, erklärt gegenüber T3N, eine Kündigung muss in der ganz klassischen Form per Unterschrift einer vertretungsberechtigten Person im Original auf einem Originalbriefbogen erfolgen, der dann übergeben wird. Das war es auch schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf T3N.de. Das war es auch schon wieder mit dem T3N.de. Das war es auch schon wieder mit dem T3N.de. Das war es auch schon wieder mit dem T3N.de. Das war es auch schon wieder mit dem T3N.de.